Servus, grüßt euch miteinander. Wie dieser Lehmbackofen entstanden ist, das könnt ihr jetzt im Fernsehen sehen. Und zwar am 24. März beim Sender Kabel 1, Abenteuer Leben, abends so gegen 22 Uhr, habe ich zusammen mit Tommy Schelz diesen Lehmbackofen gebaut. Und wenn Lust hat, selbst so einen Lehmbackofen zu bauen, dann geht es auf meine Seite backofenmeister.com, da seht ihr die ganzen Termine für die Workshops.